Hallo Leute, willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play The Walking Dead 400 Days. In der letzten Episode haben wir Shells Story durchgespielt und ja, wir haben uns entschieden, die Raststätte zu verlassen und Romans Diktatur zu entkommen und jetzt spielen wir Bonnies Story. Und ja, wir haben auch herausgefunden, dass die ineinander verknüpft sind. Man trifft auch Charaktere, die man aus den anderen Episoden jetzt hier kennt. Ich bin mal gespannt, wie es bei Bonnie sein wird und naja, wir wählen jetzt Bonnie aus. Bonnie, Tag 236. Ich bin mal gespannt, wie es die Raststätte ist. Oh Mann, die hat aber ziemlich viele Falten im Gesicht. Du bist auch nicht perfekt. Aha, wir sind also drohungsüchtig. Oder waren es? Ich bin ein Paradebeispiel. Was sagst du da? Oh oh, ist das die Frau von dem oder was? Nur ein Schwätzchen. Was ist das? Wer ist das denn jetzt? Oh mein Gott. Bleiben wir in Bewegung. Ich bin ein Wachst. Ich bin in der Maschine in der Maschine. Ich würde für eine Taube jetzt. Oder einen Blöden. Ja, Gott, wir uns einen Blöden. Hey, Dee, wenn wir zurück nach dem Camp, würde ich mich etwas von dieser Nähle verwenden? Sure, hon. Du möchtest diese Farbe? Das ist mein Lieblings. Und nach heute, ich könnte eine neue Beine, du weißt? Ja, das ist auch hier. Ich fühle mich wie ein Pferd mit diesen Klauen. Nicht um die Mädchen zu sprechen, aber um sie zu sein. Schau, ich habe ein Stück nach dem Weg gefunden, okay? Woher nach dem Weg? Ich bin ein Stück nach dem Weg. Aber ich bin irgendjemand. Ich muss uns mehr als das geben. Hat jemand da? Ich glaube nicht. Du denkst nicht, oder du wirst nicht wissen. Das bedeutet das gleiche, Leland. Nur sag uns, Baby. Du hast mich wirklich sehr auf mich auf heute. Hör, das ist nicht wahr. Sag mir mal eine Stunde, die du mit mir in der letzten Woche sprachst. Der letzten Monat. Okay. Ich kann mich nicht besonders auf einen, aber ich weiß, dass ich es habe. Das ist falsch. Das ist, wie alle unsere Beine gehen. Ja, jederzeit. Jetzt stehen wir hier in der Wald, soakend durch... Und für was? Wollt ihr nicht nach dem Camp, bevor es kalt ist? Ich bin nicht derjenige, der ist derjenige. Sie ist derjenige, der mich zu stoppen. Irgendwann. Wir können einfach so leicht weiter gehen. Oh Mann, wo bin ich jetzt hier wieder? Du blockst Walkers an. Du gehst alle Dinge von Meilen um dich herum. Ich weiß, dass du das gemacht hast. Du hörst mich jetzt. Ich habe es bis hier zu hören mit dir. Das ist eine Blasphäre. Ich sag nichts. Ich misch mich da nicht ein. Ich versuchte, dass du in der Mitte dieses zu kommen. Nun, zu schlecht. Sie sind bereits. Ich bin sorry. Ich will nur woher gehen, wo ich meine Kleine verändern kann. Und dann kannst du und deine Freundin... Oh Scheiße. Oh nein. Oh Gott, renn, komm mal. Wir müssen uns gehen. Was haben wir zu reden? Oh oh. Ne, doch keine Walker. Lauf! Warte, Leute! Ich hab hier wieder fallen. Hilfe! Ich wurde angeschossen. Oh! 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 Ich höre Walker Oh, direkt vor mir Na, mein Freund Komm Stirb Das war einfach Da laufen sie Da sind die über Die Banditen Wenn man sie so nennen kann Keine Ahnung, wer das ist Daneben Es sind mindestens drei Mindestens sind es drei Ab ins Maisfeld hier Scheiße Kacke, kacke Drücke L oder R Um zur nächsten Reihe zu erreichen Haben sie einen erwischt? Oh, da war direkt einer vor mir Ganz ruhig Das ist Roman Aber ihr sucht den falschen Habt ihr das gesehen? Das war ja Man sieht, die Geschichten greifen ineinander ein Die sind miteinander verknüpft Da sind sie Da war es auch die eine Stephanie Und da war Roman Mein Gott Gibt es nur hier Die Leute Und sonst niemanden? In der ganzen Umgebung? Oh oh Hinter dem Traktor Haben wir uns versteckt Oh oh, sie kommen Was haben wir denn hier Feines? Ich habe eine gefunden Betonstahl Komm Nimm Ach, mit der Maus Das ist ein Zack, 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 zack Komm Nimm sie da doch Oh Gott Ich drücke Und halte die linke Maustaste Achso Ich hab's Ich hab's Okay Und in die Fresse rein Oh Gott Oh mein Gott Dein Auge Warum hast du nichts gesagt? Warum hast du nichts gesagt? Warum hast du nichts gesagt? Du, du solltest du etwas gesagt haben Du, du hast das gemacht Oh mein Gott Oh mein Gott Tut mir so leid Und sie hat das zu mir Ich Gott, ich bin so sorry Ich bin so Ich kann Oh Gott, Gott Ich weiß, dass du wieder Ich bin so sorry Ich brauche Ich brauche dich Ich brauche dich Ja Yep Ich bin so sorry Ich bin so sorry Ich bin so sorry Nimm dir einen Augenblick. Komm. Wir müssen gehen. Oh... Zwei Ringe. Hast du nichts zu sagen zu ihr? Leland, ich bin für dich da! Zwinker, zwinker! Leland, ich bin hier für dich. Ich liebte sie, Bonnie. Sie hat besser als das. Entschuldigung, dass ich das zu dir mache, Frau. Ich werde dich hier. In diesem Weg. Ich brauche dich, Leland. Ich weiß, es ist schwer, aber ich brauche dich, Leland. Komm. Es ist auch teilweise deine Schuld, also. Ich glaube, ich habe etwas hier gesehen. Wir müssen jetzt gehen. Okay, sie hat das Ding mitgenommen, was immer das ist. Ach, das sind wahrscheinlich die medizinischen Vorräte, die geklaut wurden. Jetzt haben sie sie gefunden. Man sieht die Episoden, die Charaktere haben Verbindungen zueinander. Wie wir gerade wieder gesehen haben. Das war Bonnys Story, die verbunden ist mit der Story von der einen Frau, von der Raststätte. Jetzt habe ich wieder den Namen vergessen. Die Episoden sind so kurz, da kann ich mir die Namen nicht merken. Also, wir spielen jetzt... ...Red, seine Episode. Und es geht weiter. Ich finde, das ist ein bisschen alles zu kurz... ...geraten. Man lernt sie kurz kennen und dann sind sie auch wieder weg. Hätte man besser machen können. Oh. Wait, Tag 51? Oh oh. Oh oh. Hier Mann, schau! Danke, Pistole! Okay. Hoppla, daneben! Komm! Ich habe nicht mehr viele Schüsse! Komm zurück! Jetzt! Ah, wisch! Scheinwerfer! Er ist abgebogen. Wenn ich das wüsste! Wenn ich das wüsste! Das bedeutet. Das bedeutet. Sie könnten zurück da sein. Aber ich weiß nicht, ob sie zurück da sind. Okay? Hier, hier. Ich drehe. Ah, toll. Mitten... ...in den Wald rein. Super Idee. Ah, Scheinwerfer ausmachen. Auch super Idee. Okay. Einen Unfall würde jetzt auch nicht weiterhelfen, Mann. 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 Das ist so f***. Ein Krochen zu einem Krochen ist nicht helfen, Mann. Oh, Schein! Ich sollte auf Krochen schauen. Krochen! Warum habe ich nicht so gedacht? Wann habe ich das gedacht? Wann ist die letzte Mal, dass du einen Krochen gesehen hast, Mann? Okay. Ein Beispiel. Aber du könntest noch etwas aufhören, Mann. Gott, ich kann nicht glauben, wir sind in dieser Schein. Nicht schreifen, okay? Bitte. Diese Straße ist wirklich straight. Wir werden alles gut. Bist voll von Blut von diesen einen Typen, den du erschossen hast. Dude, du bist in diesem Mann blut. Ich weiß, Wyatt. Mein Krochen ist so... Es ist, wie... Ich... Warum haben sie nichts gesagt? Der Mann hat seinen Schein da oben genommen. Das ist alles, was sie gesagt hatten. Okay. Okay. Super Typen hier. Danke fürs Rausholen nochmal. Well... Thanks for getting us out anyway. Eddie weiß das zu schätzen. Ist doch schön. So. Und jetzt? Er macht wieder Sicht an. I will punch your eyes. See? It's fine. Road straight is my dick. Nick. Think we're in the clear? Vermutlich ist alles in Ordnung. We're probably fine. We don't even know where we are. Yes, we do. We're in the middle of the hills have eyes. The hills have lips. The hills have balls. Balls have eyes? Man, was für ein komischer Typen. What the fuck are you talking about? Dude, leave me alone. It's been a long night. He 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 he. Alright, let's Tom Cruise out of here. Why is it that you never had a girlfriend again? Deswegen. Oh, right. God, there was more than one reason. See if there's still any sticky in the glove box. Okay. Gucken wir mal hier nach vorne. Oh my God! What? Shut up. Rückspiegel. I can't see anything out there. Who are you talking to? Who are you talking to? Who are you? Oh. What did you say? Radio? Remember when TJ got high and tried to put a pancake in the CD player? No. Ranschuhfach. I don't see anything. Dude, it's in there. Look harder. I don't see it. What I do see is that ammo that you lost last week. Oh my God! Really? But is there any weed? You know, one time I was going out with a girl, right? Abigail. You remember her? And she told me that... She was five, I think. Her dad took her to the circus side show. They walked around for a while. Saw the chick with two heads. Saw a dude with lobster hands. Some vague loading the gun is probably more important right this second, thanks. Okay. Weird, but okay. Okay, now we have the weapon loaded. Oh! Oh! Hört sich Zoll da draußen an. Holy shit, dude. Holy shit. Did you get a look? I think that was a guy. I think that was a guy. Come on, man. Say something. Was that a dude or not? What the... The fucking fog. This night is so hot, man. I don't know. It's too fast, man. Man, don't say that. You have to know. Dude, you have to. Let's see if there's anything around the car. You know anything that'll like tell us one way or the other. That way we can just book. But I'm not leaving if we hit a human being, man. I'm just... not. Müssen wir jetzt nachgucken. Können wir nicht einfach fahren. Das kann doch ein Walker gewesen sein. Man, don't roll it down broken. I can't see through the cracks. Look. It's fine. See? Dude, what's that on the broken side mirror? Does that blood look fresh to you? Yeah, but it's kind of dark. Yeah. Damn. You think that blood on the windshield is fresh or rotten? Stop messing around. We need to know what's going on, okay? That's not gonna help. Okay, okay. Jeez. What's that way out in the road? Seriously, you think some piece of that guy made it into the glove box? Man, I don't know. Wollt doch nur mal nachgucken, you Pimmel. Man, I'm really not seeing anything. It's part of a shirt, I think. Yeah, but plenty of dead guys have shirts on. Keep looking. Was soll ich denn suchen? Gucken wir mal da. Is that the mirror from the car? Can't tell from here. Look. Wyatt. It was a guy. Are you sure? Yes. How sure? Pretty fucking sure. Don't fuck with tiny Carlos, sure. Jesus. Fahren wir weiter. What do we mean, what do we do? We go out there. Come, fahr. What do we supposed to do, man? We can't just leave him. Come on, man. This is stupid. We go out there. We check it out. We get moving. We go out there. We will go out there. Why would I want to? I just... We just have to. That's all there is to it. Ich steig da bestimmt nicht aus. Und dann fahr doch einfach zurück, bis wir den Typen wieder finden. Hast du völlig den Verstand verloren? Spielen. Ja. 1, 2, 3, los. Scheiße! Okay. Alles klar. 1, 2, 3, los. Ach, geschafft! Oh! Papier? Ich sollte sicher nicht wissen, dass du Papier geklaut hast. Alles klar, Alter. Das ist es. Scheiße. 1, 2, 3, los. Ha 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 ha! Wie ich... Puck mir in die Augen, während deine Fingern so sind, hm? Komm! Du steigst aus. Ja. Steig aus. Du bist gefahren. Eddie! What? Quiet! Siehst du was da draußen? Do you see anything out there? I can't see a goddamn thing. Eddie! You see something? Beil dich, man! Hurry up, man! Dude, leave me the fuck alone, alright? This is my speed. Okay. Here. In case we need to get out of here quick. Lass mich raten, sie sind unter den... ...sitz gefallen, ne? Hey, Wyatt. I ate paint when I was a kid. Die. Haha. Shit, where the hell did they go? It's the smallest Hoopty in the world. Okay, wir suchen sie. Two Dr. C. Toll. I'm staying right here. Man, was für zwei... ...Idioten. Machen wir mal das Licht an. Da sind die Schlüssel. Waffe, 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 Waffe brauche ich. Schließen. Gas, 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 Gas. Nein! Ah, son of a bitch! Rückwärts! Du hast Eddie zurückgelassen. Ich hab keine andere Wahl gehabt. Mann, was für eine Scheiße. Warum sind wir nicht einfach gefahren? Was ist das denn für ein Scheiß? Okay, das war... ...die Story von Wett. Gut, und wir sehen uns im nächsten Part wieder, wenn wir dann die Story von Russell spielen werden. Bis hierhin sage ich danke fürs Zusehen. Ich hoffe es hat euch gefallen und schaltet im nächsten Part auch wieder ein. Haut rein Leute!